So, auf geht's, liebe Leute! Ab zum Schildpylon. Hoffentlich sind wir ein paar Untote. Boah. Sind die eigentlich alle untot? Außer die Bestien. 15% mehr Zähigkeit? Nehmen wir natürlich mit. Moin Moin Nick, grüß dich. Hi, willkommen in der Armee. Und dann geht's, liebe Leute. Ich liebe die Pack. Komm mal rein hier auf den Meter. Okay, alles klar. Er schmeißt mir seinen Hut einfach auf die Map. Das ist vollkommen in Ordnung. So lief ich das. Besser, als wenn ich dahinter laufen muss. Nice. Boah, ich hab irgendwas geklickt. Oh mein Gott, was hab ich hier geklickt, Alter? X. Lass nochmal weg, Xen. Bestien und Dämonen, sonst ist alles untot. Okay. Wollte schon sagen, macht ja auch Sinn, ne? Oh, 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 oh. Wollen wir noch ein bisschen Zähigkeit? Zum Beispiel, ich würde sogar langsam runterstellen. Nach dem Rift, äh, nach dem Rift. Wie wir an Resistenzen berechnen. Ich hab über 100% bekommen trotzdem noch Damage. Ähm... Wenn du mit der Maus drüber gehst, dann zeigt er dir an, wie das berechnet wird. Warte. Kannst jetzt hier auf Details gehen, ne? Und dann hast du ja hier, je nachdem, welche Resistenz du meinst. Welche genau meinst du denn? Auf jeden Fall siehst du halt hier, prozentual. Ein und eine Maus drauf. Ne, Defensive gibt's ja Rüstung. Kontrollverlustreduktion. Oder meinst du... Ne, Zähigkeit ist ja ein Wert. Das ist ja keine Prozentzahl. Ne. Ah, ich will doch rüberspringen. Ey. Stirb, Kartoffel. Oder ist noch einer? Aber überhaupt kein Problem. Wow. Er springt einfach auf den Fleck. Das ist vollkommen okay. Okay. Ach, schön. Okay. Das ist echt angenehm, muss ich sagen. Also freut mich, dass wir doch hier noch eine Lösung gefunden haben, das Ganze schnell wieder auf 70 zu bringen. Und dann gucken wir mal, auf welchem Bild wir gehen werden. Also ich kann es jetzt noch gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich muss gleich mal gucken, was unsere Z-Sachen sagen. Ich meine, wir haben da noch ein bisschen was liegen. Jetzt sollten wir runterstellen langsam. Ich würde sagen, dass wir dann gleich in der nächsten Folge erstmal alles identen. Nice. Double Drop. Ja, da war der Bildschirm rot. Ich sag doch, irgendwann erreichst du den Punkt, wo es dann echt auf einmal, bam, weißt du. So, ist dauernd alles? Ja, okay. Lass mal kurz identen. Da haben wir noch eine schöne, ich weiß gar nicht, Moribunde. Ne, Steinpanzer sind schon anders. Das erlittene Treffer erhöhen eure Rüstung um 50%, aber dafür ist eure Bewegungsschwerden um 50% oder um 20% reduziert. Joa, nehmen wir trotzdem mit rein. Ja gut, die wird uns jetzt hier nicht unbedingt was bringen, die Schwarzwäer. Wie erwartet. Aber gut für die Zähigkeit. Vier Millionen Zähigkeit gebracht. Alles klar. Natürlich ist da eine Sackgasse. Und natürlich rennen wir da rein. Ganz klar. What else? Ah, ist schon down. Nice. Sehr gut. Oh, oh, Guardiella ist da. Oh no. Boah, ist das langsam, Alter. Guck dir das an. Alter, er voll in Zeitlupe. Was geht denn mit ihm ab? Scheiße. Das kostet uns das Leben. Boah, vergiss es. Leg die Scheiße ab. Alter. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Boah, was war das? Der schläft ja damit ein. Was? Wuh. Scheiße. Unglaublich. Also ihr, Alter. Was? Ja, ich habe sie sehen, dass meine Passive geprockt hat. Mit einem Treffer erhöhen eure Rüstung. Ich meine, wir waren auf jeden Fall so eine kleine Zielmaschine, ne? Aber, Alter. Der hat ja echt im Schneckentempo angegriffen. Junge, Junge. Braucht man sowas? Nee, ne? Das war echt ein bisschen strange gerade. Das muss ich sagen. Hat sich auch verdammt strange angefühlt. Oh, nicht die schreiende, weinende Frau wieder hier. Gleich mal rausnehmen. Warte mal. So. Hm. Nehmen wir mal mit rein. Mal bloß Sockel draufholen. Komm, Dreier-Sockel, bitte. Was verstehst du an Drei nicht? Fuck. Geht doch. Wollen wir gleich so. Das stellen wir aber runter. Das wird mir sonst zu heiß. So. Haben wir zugemacht? Ja, ne? Ja. Okay. Okay, wir sollten vielleicht mal gucken. Das lassen wir. Okay. Und dafür einen nehmen wir hier rein. Den nehmen wir Wahnsinn dazu. Und hier nehmen wir den dabei. Okay, dann stellen wir mal runter. Teil drei. Ja, ne? Huh. Das war natürlich jetzt schon... Krass. Jetzt kurz was ocken. Okay. Moin, Wolf Puma. Grüß dich. Mit Anstimmung kannst du doch ringender Macht besser kontrollieren, oder nicht? Es geht, wir haben halt jetzt die Lootsocken, weißt du. Daher passt das ganz gut. Bei mir ist alles gut und selbst. Und moin erstmal, nicht die Mama. Ja. Ja! 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 Problem ist natürlich, was mir grad einfällt Ne, wir hatten den Ring ersetzt, ne? Den Flechtring. Ich glaub, den haben wir noch im Inventar Aber das wär echt kacke, wenn der jetzt weg wäre, ey Wenn wir 70 sind, weiß ich, ich überleg grad schon, wie wir skillen, wenn wir 70 sind Was ich für Möglichkeiten habe Aber ich glaub, wir haben den Punktring noch da Ja, das Diesel-Reise-Set habe ich leider schon Bis auf die letzten zwei Teile, ich glaub, die könnte ich noch holen, aber ich wollte auf ein anderes Set gehen Von daher nicht ganz so tragisch Mir hat's halt vorhin mein HC-Char zerrissen Das ist das Problem an der Sache Das heißt, das ist der zweite jetzt Komm, wir nehmen die Bubbles mal mit Wann haben wir denn hier? Boah, Auge Ich mach Auge Band der Macht lassen wir drin Das lassen wir auch drin Äh, nee, danke, ich spiel komplett Solo Also zumindest Self-Hound, aber sehr nett Kein Leggi Na toll So, mit dem sind wir auch gleich wieder durch Das haben wir hier für Wiedung Nice Und wir sind jetzt hier rein, sind wir noch ein bisschen schneller unterwegs Oh, jetzt springen wir da rüber, Junge, was los mit dir Meine Fresse Natürlich Natürlich Komm, 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 komm Stirb, hab ich gesagt PP-Pool Oh Gott, hier, lass da Ganz kurz hier ein bisschen Leben reinholen Beziehungsweise ein bisschen Zähigkeit Wunderbar Okay Mal raus Level 66 Wir kommen voran, liebe Leute Wir kommen voran Nice So, jetzt müssen wir mal ganz kurz zu Kadala Ich würde gerne Ein Armschutz machen Armschienen Ach, schade, da filmst du mir jetzt zu Na gut, nicht weiter tragisch Können wir zur Not sonst ausrüsten Gut, das bringt was Nice Nice Okay Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz zu diese Inventare 66 Ähm, hier haben wir jetzt nichts weiter Hier hätten wir die tatsächlich noch Ach, guck mal, das sind Ach, das sind die Kackteile, oder? Ja, das sind die, die wir vorhin hatten Steinpanzer, genau Die, die uns auf einmal so unglaublich träge und langsam gemacht haben So, schmuckmäßig Guck mal, haben wir hier noch den Wirtsschutz Den würde ich sogar reinnehmen Der ist gar nicht so schlecht Man kriegt den Siegelring, nämlich unser Begleiter Halt, nein Hier musst du hin So Dann, du kriegst den, bitteschön Pass auf ihn auf Ich brauche mehr Zeit Haben wir zugemacht, haben wir Okay So, weiter geht's Weiter geht's Auf zur 70, meine Hübschen Die zweite 70 bei AC Alles klar Warum sollten wir auch Gegner sein? Wäre langweilig Ich darf noch Damage machen Ja, auf jeden Fall Blackie Oh, set Natürlich Blackthorns What else? Muss ich denn lang hier? Meine Fresse Oh, ja Nein Oh, da Oh, da Boah, ich hasse Sackgassen, ne? Meine Fresse. Ich renne da immer rein, prinzipiell. Oh, das ist ein geiles Schild. Rakis Wachenschild. Nice. Jetzt eigentlich muss er unten lang, Alter. Kleinen Pümmelweg. Natürlich muss ich viel lang. Das ist eigentlich ganz cool mit Band der Macht, ne? Dieses Springen, also mit den Lootsocken. Damit zögerst du halt den Cooler dann immer wieder heraus. Zack, zweiter Sprung, zack, zweiter Sprung, zack. Richtig nice. Ne, zeig mal, wo du... Machen wir uns Q-Short. Wo du meinst, wo er dir 100% Resi anzeigt. Ich kann dir da nicht folgen. Aber hier hast du ja keine prozentuale Resi-Anzeige. Hier hast du ja nur Werte angegeben. Oder meinst du hier, äh, Geschoss-Schadens- und Nahkampf-Schadens-Reduktion? Oh, ich hab keine Ruhe, verdammt. Da ist nicht so gut. Alter, ey, was ein Gangbang. Oh, die einmal identen. Gucken, was da rauskommt. Vielleicht können wir es hier gebrauchen. Was zu erwarten, ist auch Blackthorns. Natürlich ist das Müll. Hier kann man ohnehin runterspringen, ne? Ne. Okay. Leider nein, leider gar nicht. Aber immerhin ein Schildschwein. Ja, ich weiß auch nicht, Blacky. Also, ob es Leute hier erst tragen. Vielleicht auch so Modegründen oder so. Ich weiß es nicht. So, unseren Resi und unsere Uhr annehmen wir uns auf. Bis der Guardian da ist. Dann gehen wir den Schildschwein. Guten Tag. Ich hab bestimmt ein paar schicke Hipster, die das tragen. Moin, Ihi, 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 Ihi. Oder so. Was ist das für ein Name? Moin, Haruka. Was geht ab? Komm, mach die 100. Ich will meine Buffs einsetzen. Wahrscheinlich. Okay, und raus damit. Das ist down. Nice. Das sollte eigentlich auch für die 70 reichen, oder? Aber gleich zu machen. Okay, einmal zurück. Ja, ich bin gleich 70. Ging sogar relativ schnell. Das haben wir jetzt gebraucht. Dreiviertelstunden oder so. Amulett. Hm, boah, nehmen wir uns. Und? Boah. Bin ernst. Bin fucking ernst. Okay, paar Prozente brauchen wir noch. Mal kurz die Schlüsselhüter hier klatschen. In der Zeit sind ja auch noch ein paar Viecher da. Muss man machen. Säubert die Höhle der Kasse. Boah, was für ein Kackfest, Alter. Warte mal, Akt, äh, Akt 3. Ne, Akt 2 sollte einfach sein. Ne, Akt 1. Warte mal, hier. Die Hallen der Agonie. Da sind doch nur Untote. Das sollte ja für uns gemacht sein hier. Unser Schwert. Level 70, meine Hübschen. So, okay. Dann einmal zurück und jetzt rüsten wir mal eine Runde. Mal gucken, was wir reißen können hier. Das wird natürlich jetzt nicht so einfach. Aber gemeinsam schaffen wir das. Banase, hör auf, bitte, hör auf. Boah. Okay. So, jetzt identen wir erstmal. Ich hab ja ein bisschen was gesammelt mit dem Char. Gucken, was wir daraus jetzt zaubern können. So, einmal alles in den Wänden. Boah, aua. Aua. Ich kann nicht mehr sitzen. Äh, Green Screen, was ist da los? Hörst du mal bitte auf damit? Hingen wir auch schon zweimal durch. Ich fixe hier mal eben. So, 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 so. Dankeschön. Was ist denn das nun? Ach gut, man. Da scheint die Sonne gerade hin. In die Ecke. Lass uns aber ignorieren. Wir jetzt einfach, okay? Ignorieren wir jetzt einfach gemeinsam und fertig. So, okay, Rückgrat, warte mal. Das teilen wir direkt mal auf, damit ich sehe, was, wovon wir wie viel haben. Ach, die Krone da, verdammte Arzt. So, Erde-Set. Erde, 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 Erde. Erde, Erde. Erde. Hose der Wilden. So, und hier haben wir noch Rekordschreiter. Das heißt, hiervon hätten wir tatsächlich ein 6er-Set mit dem Ring. Okay. Zweimal das Auge von Etlich. Wir haben noch Heilkens Aufstieg. Flechtring. Gürtel der Harrington haben wir hier. Können wir auch ein Raserei-Bild machen. Wäre auch unmöglich, ne? Komm, kriegst du auch was? Guck mal, hier kriegst du auch einen schönen... Boah, hat einen schönen durchschnittlichen Scharen. Das ist nicht schlecht. Guck mal, nehme ich ihn wieder weg. Das kriegt der nicht. Kann Solanium haben. Das ist so ein schönes Item für dich. Neu-Sturm-Schild. Gucken, wo man das alles weg kann. Wenn wir eine Übersicht haben. Oh, Johann's Essenz ist natürlich auch sehr geil für einen Begleiter. Ich werde es benutzen. Das ist gut. So, warte mal. Das war der Low-Level, ja. Komm mal da mit rein. Dann haben wir das Low-Level-Geschisse ein bisschen zusammen. So, der kann auch weg hier. Der Verhängnisbringer, den brauchen wir nicht. Okay. 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 Können wir erstmal reinnehmen, aber nur, weil wir ja nichts anderes haben. So. Reduziert. Die Wutkosten von Seismische Schmetterung um 50%. Das haben wir aber derzeit bei uns drin im Cube. Können wir verkreppen. So, zwei Flechtringer haben wir bis dato. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, ey. Wie wollen wir es angehen, Leute? Welchen Bild? Also, ich hätte jetzt nicht so den Bock auf Rekordbarb, ehrlich gesagt. Aber da hätten wir alles. Warte mal, haben wir denn den Prunkring da? Ja, hier ist er. Könnte man tatsächlich dafür nutzen. Dann nehmen wir da mal den Steinkurz raus. Fakt ist, wir müssen erstmal auf Set spielen. Das, äh, da haben wir gar keine andere Möglichkeit. Mein Güte, packt genau. Boah, ich spiel keinen Rekordbarb eigentlich. Das ist jetzt nicht so unbedingt ganz toll. Können wir die noch einmal setzen, die da runter. Dann haben wir Zähigkeit zumindest immer ein bisschen was da. Moin, moin, Pablo. Willkommen in der Armee. Danke dir. So, Frostpanzer können wir noch reinballern für Kälte. Wir sind zwar jetzt nicht von begeistert, also ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsbild, aber bevor wir jetzt gar nichts haben. So. Und dann bauen wir uns da was drumherum und fertig. Und mal zwei, vier, fünf. Was fehlt denn? Ach, Hände fehlen uns noch. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Von dem K-Set haben wir jetzt auch gerade keine Hände da. Das ist das Problem an der Sache. Sonst hätten wir tatsächlich IK mit Rekord machen können. Wobei doch können wir... Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Nee, passt nicht. Hast recht. Mit dem Club können wir so rollen. Aber nee, können wir nicht. Können wir nicht. Wir haben die Metz dazu nicht. Also das andere Rekordbarb-Set. Ich brauche ja einen Teil dazu. Weißt du, was ich meine? Also könnten jetzt hier die Schuhe... Doch, hast recht. Warte mal, warte mal, hast recht. Wenn ich die Schuhe umrolle und dafür das nutze. Doch, 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 doch. Den da rein. Den da rein. So, und die Schuhe rollen wir um. Dann habe ich davon gleich sechs. Und die Hände. Stimmt. Das macht Sinn. Oh, ich glaube, ich habe die Metz dazu nicht. Doch, einmal kann ich. Wer hätte es erwartet. Aber gut, ist nicht weiter tragisch. Nein. Ja. Nope. Vielen Dank.